Hallo bei Fintool. Heute beschäftigen wir uns etwas Eingehender mit der Zinseszinsformel. Und zwar in einem ersten Schritt mit der Auflösung nach dem Zinssatz. Im Beispiel, das wir bereits bei der Herleitung der Formel verwendet haben, lautet somit die Frage, wie hoch ist der jährliche Zinssatz, wenn wir 10'000 Pfund während drei Jahren anlegen und am Ende der Periode über 13'310 Pfund verfügen. Setzen wir diese Zahlenwerte ein, resultiert folgende Gleichung, die wir nun allgemein formuliert nach R auflösen. Die Auflösung nach R erfolgt in einem ersten Schritt über die Division beider Seiten mit dem Anfangskapital K0. Wodurch K0 links verschwindet. Um den Exponenten zu eliminieren, ziehen wir auf beiden Seiten die entsprechende Wurzel. In diesem Falle also die Thäte-Wurzel. Damit vereinfacht sich die linke Seite der Gleichung zu 1 plus R. Nun, die Thäte-Wurzel aus einer Zahl ist nicht gerade ein oft gebrauchter Begriff. Etwas naheliegender ist da schon das Äquivalent, nämlich 1 durch t im Exponent. Diese Berechnungsform wird in der Praxis denn auch häufiger verwendet. Wenden wir die Formel nun auf unser Zahlenbeispiel an und rechnen mit Hilfe des Rechners das Ganze aus. Wir zeigen hier beide Eingaben. 13.310 durch 10.000 gleich 1,331 und die dritte Wurzel ergibt 1,1. Die zweite Berechnungsmethode über den Exponenten, wieder 13.310 durch 10.000 ergibt 1,331. Hoch, Klammer, 1 durch 3, Klammer geschlossen, entspricht 1,1. Gut, ziehen wir davon 1 ab und multiplizieren mit 100, so erhalten wir den Zinssatz pro Jahr von 10%. Die jährliche Rendite lässt sich also mit Hilfe des Rechners recht einfach berechnen. Wenden wir nun die dargestellte Berechnungsform auf die bereits in anderen Videos gezeigte Entwicklung des Schweizer Aktien- und Bondindex an. Der Aktienindex ist in den 87 Jahren von 100 auf 60.204 gestiegen. In die Formel eingesetzt, resultiert ein Wert von 1,0763, eine durchschnittliche jährliche Rendite von 7,63%. Die Rechner-Eingabe erfolgt analog zum vorigen Beispiel. 60.204 durch 100 entspricht 602 hoch Klammer 1 durch 87 gleich 1,0763. Der Obligationen-Index stieg über denselben Zeitraum auf lediglich 4,472. Gleiche Rechnübung wie zuvor und wir erhalten 1,0447 bzw. 4,47%. Eine so errechnete Durchschnittsrendite bezeichnet man als geometrisches Mittel. Mit den Eigenheiten dieses Mittelwertes, auch im Vergleich zum arithmetischen Mittel, werden wir uns aber in einem anderen Video beschäftigen. Die Zinseszins-Formel ist also noch eher aufgelöst. Es verbleibt der Zeitfaktor t. Da wir die Auflösung nach dem Exponenten t bereits ausführlich bei der Herleitung der 72er-Regel diskutiert haben, verzichten wir an dieser Stelle auf diese Übung. Übrigens, die 72er-Regel ist eine einfache und sehr nützliche Regel, die interessante Einblicke bei einer Verdoppelung des eingesetzten Kapitals bietet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017